Diesem Schlotteranernach zu urteilen, ist das schnicksten Kleid wieder an Ort und Stelle. Somit hat auch das Seeland wieder seinen Frieden. Aber kann man es sich wirklich so einfach ansehen, wie er beschreibt? Denn, nun ja, ich weiß nicht, ob ich so verdammt leichtsinnig mit dem Kleid umgehen würde, nachdem es doch bereits von Bowser gestohlen wurde. Aber gut, müssen die Schnicksen wissen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie ein gut geschultes Sicherheitspersonal vor der Glasvitrine positioniert haben. Aber das werden wir ja dann schon noch sehen. Jetzt suche ich erst einmal nach einer Möglichkeit, hier die Goomba auf die sichere Insel zu manövrieren. Denn, wie wir wissen, wartet hinter der Odyssee eine Goomba, die zumindest einen Goomba sehr gerne treffen würde. Aber wenn die alle wegsterben, dann bleiben nicht mehr viele paarungswillige Goomba für sie übrig. Und es könnte eng werden, aber ich setze alles dran, dass das noch was wird. Allzu viele Möglichkeiten bleiben mir allerdings auch nicht mehr. Also nochmal schön mit Anlauf springen. Ja, wobei gut, das war jetzt der schlechteste Sprung von allen. Ah, Mann, mit dem Goomba-Turm hätte es beinahe funktioniert, aber leider hat sich Mario automatisch zurückgewandelt. Wahrscheinlich tut er das immer dann, wenn er sich in der Nähe vom Wasser befindet. Was ist denn eigentlich, wenn wir von hier oben runterspringen? Können wir dann vielleicht, wenn wir genug Speed haben, sicher landen? Nein, wieder nicht. Wobei doch da... lag noch einer. Ich weiß nicht wirklich, wie es genau gemacht werden soll, aber eine andere Möglichkeit bleibt mir ja nicht. Es gibt nur diesen Weg zur Odyssee und keinen anderen. Eigentlich dachte ich, dass dieser Mond mit Goomba geschenkt wäre, aber da habe ich mich wohl geirrt. Okay, und wenn ich mich erstmal hier auf diese kleine Mauer stelle und diese paar Zentimeter ausnutze? Auch dann nicht. Also jetzt bin ich schon so langsam verzweifelt, du. Was soll ich denn noch versuchen? Irgendwie muss ich doch diesen Goomba darüber kriegen. Ach nein, auf einmal! Sogar so eindeutig! Kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum der Sprung jetzt tausendmal besser war als all die davor. Aber wie auch immer, ich bin froh über den Mond Nummer 5 hier im Seeland nach unserer Rückkehr. Und da fehlen nur noch ein paar, denn allzu viele haben wir hier nicht nachzuholen. Ich guck kurz auf die Karte, wo ist denn der nächste... Ah stimmt, den da drüben habe ich jetzt noch vergessen. Da meinte ich in der letzten Folge noch, dass man wahrscheinlich rückwärts durch den ganzen Tunnel schwimmen muss, um an den Rand zu kommen. Aber mittlerweile würde ich diese Aussage gerne revidieren, denn ich habe mich erinnert, dass man ja eigentlich auch ganz einfach hier den Reißverschluss benutzen könnte. Und dann kommt man auch superleicht an den Mond hinter dem Schleusentor heran. So, in der Unterwasserhöhle selbst ist nichts, oder? Weil eingezeichnet sehe ich nichts. Also denke ich, nein. Gut, dann steuern wir die zwei Monde hier in diesem Wasserbereich an. Sammeln die ein und ich möchte mich ganz kurz bedanken, dass Super Mario Odyssey auch nach 80 Parts immer noch sehr erfolgreich ist und ihr es somit gerne guckt. Aber ja, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Auch das ist nicht zu leugnen. Und wartet mal, ist hier nicht der Ort von einer oder sogar zwei? Munden, die auf eine Hinweiskunst basieren. Ja doch. Einmal der hier. Und einmal... Hey, Moment mal. Mir fällt auch gerade ein, wir haben dieses Rätsel hier gar nicht gelöst. Shit. Das muss ich noch machen, aber ich habe es ja auch nicht begriffen, ne? Im City-Land. Egal, das holen wir einen anderen Mal nach. So, es gibt ja nur noch den hier. Das ist, glaube ich, ganz oben. Ja, ganz oben bei dem, bei dem Aufzug. Gut, dann holen wir uns diese zwei Monde doch schnell. Einmal sollte sich einer hier befinden. Jop. So ist es. Der gehört zum... Ah, zur finsteren Seite des Mondes. Alles klar. Und der andere? Warte mal. Hier, ne? Oder, ne? Noch nicht, noch nicht. Noch weiter rauf? Ah, da glaube ich, muss ich schwimmen. Na ja, gut. Kein Problem. Mario trägt ja passendes Outfit. Wobei ich mich auch gleich umziehen möchte. Es wird nämlich Zeit für ein komplett neues Outfit, das wir noch nicht gesehen haben. Ja, ja. So, hier ist ja der Aufzug. Oh, wobei. Jetzt, wo ich es sehe. Ich glaube, das ist doch falsch. Ist es dann ganz unten vielleicht? Also in jedem Fall in der Nähe von ziemlich vielen Säulen. Ah, ja. Dann wahrscheinlich hier irgendwo. Kann ich das Bild noch mal sehen? Ich dachte, das wäre einfach. Ist es wahrscheinlich auch. Nur ich habe wieder nicht den Durchblick. Ich bin hier doch richtig. Ich habe wahrscheinlich nur die falsche Etage gepickt. Oder? Also doch hier. Es ist doch die andere Seite gewesen. Also nicht hier, sondern da drüben. Dabei war es doch so einfach. Okay. Immerhin ist es jetzt abgehakt. Und wir können den nächsten Mond ansteuern. Wo genau ist der denn? Da unten? Wasserlabyrinth, oder? Oder wo soll ich das suchen? Könnte natürlich auch über mir stecken. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ist aber auch sehr schwer zu erkennen. Äh. Ich bin doch immer kein Stück schlauer. Ne. Also hier ist er nicht. Ist hier irgendwas anderes vielleicht noch? Ah ja doch. Hinter mir. Guck mal. Ja da. Der ist einfach. Der ist wirklich einfach. Dann holen wir uns den. Die Wand hoch. Und als nächstes würde ich vorschlagen. Dass ich da einfach nochmal. Runterschwimmen. In diese Höhle. Vielleicht versteckt er sich ja da. Weil es muss ja ein. Sichtbarer Mond sein. War doch zumindest so gut wie immer der Fall. Ich habe übrigens gehört. Man kann das auch mit Stampfattacken schaffen. Weil eigentlich soll man da ja als Cheep Cheep runter. Aber ich habe gehört, dass es auch so geht. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Hoppla. Das ist aber echt tief. Ja. Deswegen war ich mir auch sicher, dass es ohne Cheep Cheep nicht geht. Aber wie es aussieht, haben die Entwickler das nicht ganz so gut programmiert. Es soll viele Leute geben, die das problemlos geschafft haben. Gut. Vielleicht hat man das ein oder andere Leben verloren. So wie es auch mir jetzt passieren wird. Aber es ist definitiv magbar. Wir sehen es hier ja gerade selber. Da kannst du Luft holen und dann ist die Gefahr gebannt. Jo. So ist es. Den Mond sehe ich allerdings. Ah doch da. Da ist er. Ich habe ihn. Tief unten im Wasser. Der war jetzt aber auch ein bisschen unnötig platziert, oder? Ich meine hier unten war doch schon Captain Toad. Mit dem Mond hätte man irgendwas anderes anstellen. Können meiner Meinung nach. So. Jetzt holen wir uns aber endlich das neue Gewand, das ich versprochen habe. Ich habe dafür off-cam sogar ein paar Münzen gefarmt. 300 oder so waren es. Es sind jetzt nicht so viele, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass es mich battlearm machen wird. Und dass wir für alle anderen Gewänder deutlich länger und mehr farmen müssen. Und vor allem für das Skelett-Outfit. OMG. Aber jetzt kommt erst einmal Gold Mario an die Reihe. Der schaut bestimmt richtig geil aus. Ich bin eigentlich kein Freund von diesen Metall-Mario's. Aber seit Mario Kart 8 Deluxe habe ich mich so ein bisschen in Gold Mario verguckt. Und ja, auch hier in Mario Odyssey finde ich ihn ziemlich cool. In New Super Mario Bros. 2, wo er ja glaube ich seinen Ursprung hat, da fand ich ihn irgendwie irrelevant. Aber in den anderen beiden Games, also hier Odyssey und Mario Kart, da finde ich ihn nice. Warum auch immer. Gold Mario geht dem Seeland auf den Grund. So oder so ähnlich werde ich wahrscheinlich auch die Folge nennen. Okay, gut. Was haben wir hier noch? Da oben einen Mond. Und das Cooper Freerunning. Danach müssen wir wieder mit Schnack-Kehlchen sprechen. Wobei mir glaube ich auch nicht mehr so viele Monde fehlen, oder? Ich gucke gleich mal auf die Liste. Aber erst versuche ich den anderen da zu finden. Wobei ich glaube, ich habe den sogar schon gesehen. Da hat doch was geleuchtet. Hier. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Spielverlauf noch nicht geleuchtet hat. Stimmt's? Ja. Es ist die Zielmarkierung laut Kompass. Somit ein weiterer Easy Moon. Auf dem Dach des Aquagons. Und jetzt schauen wir mal auf die Liste. Was fehlt noch? Es sind tatsächlich noch sechs Monde. Minus Cooper Freerunning. Bleiben also vier übrig. Und die Hinweiskunst habe ich schon. Weil die, ähm, zeigte, was war's? Das Kaskadenland. Genau. Das haben wir schon gemacht. Ach ja, stimmt Peach. Wie konnte ich dich vergessen? Vor allem in diesem Land. Buh. Ist zwar dasselbe Outfit wie im Küstenland, aber immer noch ein Hingucker. Ich kann gar nicht sagen, was ich hier toller finde. Die Einheimischen oder die Architektur. Wurde hier das schnöchsten Kleid genäht, das Peach getragen hat? Erinnere mich nicht daran. Hallo? Das war die Hochzeit mit Bowser. Das ist ein Trauma. Übrigens, vorhin kam ein Mond vorbeigeflogen. Bei dir ist er sicherer. Er kam vorbeigeflogen. Okay. Diese Festung. Jetzt hätte ich ja die Gelegenheit, freiwillig dorthin zu reisen. Bowser's Festung. Als ob du nicht sonst auch immer freiwillig hier bist. Also, in der Festung meine ich. Da brauchst du nichts zu tun. Aber hier, dieses Tic-Tac-Tonier haben wir gemacht, ne? Ja. Dann bin ich jetzt leider echt überfragt. Und das hier darum bedeutet, wir kümmern uns um das Cooper Freerunning. Und danach sprechen wir mit Schnackhähnchen, der uns mit Sicherheit weiterhelfen kann. Also, Gold Mario. Du bist dran. Erstmal im Loser-Rennen und dann im Experten-Rennen gegen Gold Cooper. Das passt ja. Sehr gut. Okay. Wie schaut der Parcours aus? Habe ich mir fast gedacht. Vom Anfang auf das Plateau. Das ist nicht leicht. Und so ein bisschen hat sich auch der Grafik-Style hier geändert. Kann das sein? Oh, Moment mal. Die Treppe ist weg. Shit. Ich bemerke es erst jetzt. Wo die anderen schon von Anfang an einen anderen Weg gewählt haben. Mhh. Man ist somit gezwungen, durch die Unterwasserhöhe zu schwimmen. Das ist eigentlich ganz cool. Also, der Parcours an sich gefällt mir sehr gut. Es dürfte auch der sein, der am längsten dauert. Aber, ja, ist geil. Jetzt wird es allerdings knifflig, das Loser-Rennen zu gewinnen, fürchte ich. Die sind alle schneller unter Wasser als ich. Was allerdings auch nachvollziehbar ist. Schließlich sind das Schildkröten. So, jetzt können wir uns einen Cheap-Cheap schnappen. Ah, das tun die nicht, die Deppen. Das ist gut. Weil so hole ich sie definitiv ein. Ja, 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 ja. Aber wie kommen wir jetzt am schnellsten aufs Plateau? Man kann hier bestimmt irgendwie tricksen, ne? Naja, garantiert. Der einfache Weg ist hier lang. Oh, nein, was mache ich denn? Komm schon, jetzt sag ich nicht, dass der Blaue gewinnt. Oh, mach auf! Richtig schlechtes Rennen, aber trotzdem das Loser-Rennen bestanden. Ich behaupte einfach mal, es ist möglich, mit diesem Cheap-Cheap so in die Luft zu springen. Und wenn man dann im richtigen Moment die Verwandlung verlässt, kann man da massivst abkürzen. Ich überlege sogar, ob ich das probieren soll. Das Expertenrennen ist ja doch noch mal um einiges schwieriger, ne? Und mir gefällt dieser andere Grafik-Style. Allein deshalb freue ich mich eigentlich auf dieses Rennen jetzt. Also, let's go, Leute! Das packt man schon irgendwie. Aber ob im ersten Versuch? Das darf bezweifelt werden. Das darf bezweifelt werden. Oder man kann hier am Anfang irgendwie tricksen. Auch das schließe ich nicht aus. Werden wir ja dann spätestens im Reaction-Video sehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon eingeholt wurde. Mann, der Goldene ist so gut, ne? Aber ich habe vorhin auch vergessen, schnell zu schwimmen. Fällt mir gerade ein. Stimmt. Ich Idiot! Da habe ich einige wertvolle Sekunden hergeschenkt. Ja, wenn dann allerdings sowas passiert. Das ist halt so viel. Okay, ich werde den Jeep-Team-Sprung probieren. Hier irgendwo wahrscheinlich. Ja, ja. Ah! Jetzt ist er nicht aus der Verwandlung rausgegangen. Er ist nicht aus der Verwandlung rausgegangen. Ich habe verloren. Oder? Ja, doch. Ach nee, der Goldene ist ja hier neben mir. Ich habe gedacht, der wäre schlägst im Ziel, weil der Blaue ist ja nicht so gut wie der Goldene. Trotzdem habe ich mich dumm angestellt. Scheiße. Ah, fuck. Ich habe den Sieg hergeschenkt. Ich habe den Sieg eindeutig hergeschenkt. Aber warte mal, ich will mal hier was probieren. Das geht nicht. Obwohl, obwohl, ich glaube, man kann die Höhle doch skippen, Leute. Ja, 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 ja. Dann versuchen wir doch lieber das, statt diesen blöden Jeep-Cheep-Sprung. Weil es ist machbar. Und wenn man die Höhle skippt, dann hat man sowas von einen einfachen chilligen Weg vor sich. Da hast du ja gar nichts zu befürchten. So, Triple Jump. Mützenwurf und... Oh, yes. Warum habe ich das nicht sofort versucht? Das war eigentlich das offensichtlichste von allem, oder? Dass das geht. Alter. Ah, es steht mir keine Zeit jetzt, Mario. Wir werden es zwar easy gewinnen, aber trotzdem. Frag mich echt, warum ich das nicht sofort probiert habe. Voll dumm eigentlich, Mann. Siehste? Ziele reicht, Alter. War doch klar, Mann. Irgendeinen Trick gibt es immer. Wow, krass, Alter. Den Trick kannten wir noch gar nicht. Seeland. Expertenrennen. Geschafft. So, und was für eine Platzierung springt da für mich bei rum? Komm, unter 100k, bitte. Yes! 44.000. Ähm, okay. Was könnten absolute Pros schaffen? Ja, wieder die 20 Sekunden, oder? 21, sage ich. 21. Schon wieder weniger als 20. Junge, in 17 Sekunden zum Ziel. Wie denn? Das ist so krank. Ich sage es jedes Mal aufs Neue. Komm, reden wir nicht mehr drüber. Das muss man sehen. Sonst lässt sich das nicht nachvollziehen. Aber es ist pervers. 17 Sekunden zum Ziel. Wow. Okay. Schmerkehlchen, wo sind die letzten Monate? Ich habe leider keinen Plan. Hm? Hau mal ein paar Tipps raus. Im Stil des Wilden Westens. Hier will jemand das Outfit... Äh, das Cowboy-Outfit sehen? Wer? Okay, weiter. Weltraum ist der neue Trend. What? Oh, Moment. Da habe ich vielleicht sogar eine Idee. Der Piraten-Look ist in. Es muss irgendwo NPCs geben, die bestimmte Kostüme sehen wollen. Mir ist aber niemand aufgefallen. Ah, doch, sie. Oder? Nein. Aber wer dann? Es ist ja eigentlich immer jemand, den man ansprechen muss, ne? Und niemand, dessen Textbox einfach so aufploppt. Ah, Gott. Aber vielleicht schauen wir auch erst mal bezüglich des Mondes. Weltraum ist Trend nach. Weil, hier drinnen, da ist ja dieses Puzzle am Start gewesen. Und ich finde, hier hat man so eine Art Weltraum-Look. Gibt es jetzt ein schwierigeres Puzzle oder einfach einen zweiten Mond? Ne, es ist dasselbe Puzzle wie das letzte Mal. Dann wird es das nicht sein. Komischerweise haben wir in diesem Sub-Raum auch nur einen Mond gefunden. Das weiß ich noch. Käppi sagt aber auch nicht, dass hier noch was sein muss. Bis dahin gibt es wohl wirklich nur einen Mond. Okay, gut. Aber was ist denn dann bitteschön mit Weltraum ist Trend gemeint? Ich würde dann mal vorschlagen, wir finden es in der nächsten Folge raus. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020